Herzlich Willkommen zum Video-Tutorial Lernfahrt in itsLearning anlegen. Öffnen Sie im ersten Schritt den Ressourcen-Reiter in einem gewünschten Kurs. Erstellen Sie mehrere Ressourcen zu einem Themenbereich in einem Ordner. Im Beispiel sind in einem Ordner ein Video, eine Learning-App und ein Test als Ressource erstellt worden. Klicken Sie nun auf den Hinzufügen-Button innerhalb des gewünschten Ordners. Wählen Sie im Anschluss das Element Lernfahrt in der Übersicht aus. In Ihrem Ressourcen-Ordner auf der linken Seite erscheint das Element Lernfahrt nun ausgegraut. In der Bearbeitungsansicht in der Mitte können Sie nun den Lernfahrt konfigurieren. Sie sehen standardmäßig drei Schritte voreingestellt, können aber über den Menüpunkt Schritt hinzufügen Weitere Schritte im Lernfahrt erstellen. Klicken Sie nun in einem Schritt auf das Feld Ressource hinzufügen. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem Sie entscheiden können, ob Sie eine neue Ressource von Ihrem Computer hochladen möchten oder eine bestehende Ressource aus einem Kurs nutzen möchten. Wir möchten in diesem Fall eine bestehende Ressource aus unserem Kurs hinzufügen. Nun wird Ihnen die Baumstruktur der Kursressourcen angezeigt. Wählen Sie den Ordner aus, in welchem die gewünschten Ressourcen enthalten sind. Erweitern wir den Baumlink, können wir die gewünschte Ressource aus dem Ordner sehen. Durch Setzen des grünen Hakens an einer gewünschten Ressource wählen wir diese aus. Klicken Sie im Anschluss auf Hinzufügen, um die Ressource dem Lernfahrt zuzuweisen. Die Ansicht wechselt wieder zum Lernfahrt und man sieht, dass die gewünschte Ressource im entsprechenden Schritt hinzugefügt wurde. Rechts neben der Ressource können wir über das Papierkorbsymbol die Ressource aus dem Lernfahrt löschen. Das System fragt Sie daraufhin, ob Sie die Ressource gänzlich löschen oder in einen anderen Ordner innerhalb Ihrer Ressourcen im Kurs verschieben wollen. Sie sehen unterhalb der Ressourcen den Hinweis, falls angezeigt, zum nächsten Schritt wechseln. Da ItsLearning nicht abprüfen kann, ob ein Video komplett angesehen wurde, ist es bei Links oder Dateien der Fall, dass das Ansehen der Ressource die Bedingung, um im Lernfahrt weiterzukommen ist. Das Ansehen prüft ItsLearning dadurch, dass Nutzer eine gewisse Zeit auf der Ressource verweilen. Gehen Sie nun die Schritte des Lernfahrts durch und fügen jeden Schritt eine gewünschte Ressource hinzu. Die Ressourcen, die bereits dem Lernfahrt zugeordnet sind, werden nicht mehr im jeweiligen Ordner in der Kursstruktur angezeigt. Der Lernfahrt ist ein eigener Ordner mit Ressourcen geworden. Auch ein Link zu beispielsweise einer Learning-App kann nur anhand des Kriteriums Anzeigen von ItsLearning als absolviert bewertet werden. ItsLearning bekommt keine Rückmeldung von der Seite Learning-Apps, ob die Übung erfolgreich absolviert wurde. Zur Überprüfung des Gelernten und Eingeübten möchten wir nun als finalen Schritt einen Test in den Lernfahrt integrieren. Dieser dient zur Selbstüberprüfung und zur vertieften Übung einer Thematik. Bei einem integrierten ItsLearning-Test kann vom System überprüft werden, ob die Teilnehmenden den Test erfolgreich absolviert haben. Unter der Ressource kann die Bedingung für den Test entsprechend konfiguriert werden. In der voreingestellten Bedingung Abgeschlossen prüft ItsLearning, ob alle Fragen im Test beantwortet wurden. Eine Wertung ist hier nicht Teil der Bedingung. Wurde der Test also von den Teilnehmenden durchgeführt, gilt die Bedingung als erfüllt und der Lernfahrt wird geschlossen. Die Bedingung für den Test kann aber auch angepasst werden. Klicken Sie dazu bitte auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Option Lernender erzielt mindestens. Es öffnet sich ein weiteres Menüfeld in der Bedingung. Sie können nun beispielsweise konfigurieren, ab welchem prozentualen Erfolgswert des Testes der Lernfahrt als erfolgreich beendet eingestuft wird. Wenn Sie auf die drei Punkte rechts neben der jeweiligen Ressource klicken und diese halten, können Sie die Ressource an eine gewünschte Stelle im Lernfahrt verschieben, beispielsweise von Schritt 1 auf Schritt 2. Sind alle Schritte in Ihrem Lernfahrt entsprechend konfiguriert und dem richtigen Schritt zugeordnet worden, wählen Sie die unten stehende Option Lernfahrt speichern, um die Bearbeitung abzuschließen. Bei Bedarf können Sie Ihrem Lernfahrt weitere Schritte hinzufügen. Nach der Speicherung gelangen Sie in die Lehrkraftansicht. Hier haben Sie die Option, den Lernfahrt noch einmal zu bearbeiten, falls Ihnen Fehler aufgefallen sind. Sie können hier ebenfalls den Lernfahrt final für die Schülerinnen und Schüler sichtbar schalten. Haben Sie den Pfad sichtbar geschaltet, sehen Sie den Lernfahrt im Baumlink links farbig und nicht mehr kursiv dargestellt. Analog zu regulären Ordnern können Sie den Lernfahrt als Lehrkraft aufklappen und die enthaltenen Ressourcen sehen. Schülerinnen und Schüler sehen die Ressourcen in einem Lernfahrt nicht. In der Schülerinnen und Schüler Ansicht ist der Lernfahrt als Element im Baumlink auf der linken Seite zu sehen. Sie können den Lernfahrt nicht aufklappen. Sie können den Lernfahrt mit Klick auf Start beginnen. Der Lernfahrt öffnet sich und der erste Schritt mit der enthaltenen Ressource hier ein Video ist zu sehen. Bei Links oder Dateien gilt der Schritt als absolviert, wenn die Ressource circa drei Sekunden geöffnet ist. Unten öffnet sich die Meldung, dass der nächste Schritt im Lernfahrt zur Verfügung steht. Klicken die Schülerinnen und Schüler auf Fortfahren oder in der linken Seite auf die nächste Ressource öffnet sich diese. Der zweite Schritt ist nun geöffnet und die Ressource kann analog zum vorherigen Schritt bearbeitet werden. Absolvierte Schritte werden auf der linken Seite durchgestrichen dargestellt. Nun wurden zwei Schritte absolviert und die nächste Ressource steht zur Bearbeitung bereit. Auch eine Verlinkung zu Learning Apps wird nach circa drei Sekunden bestätigt. Im Beispiel ist als dritter Stelle im Lernfahrt ein Its-Learning-Test hinterlegt. Diesen können Schülerinnen und Schüler durch Klick auf den Test starten, beginnen und durcharbeiten. Stellen sie sicher, dass sie den Test mit entsprechend vielen Versuchen konfiguriert haben, da sonst auch im Lernfahrt nach einem nicht gelösten Versuch keine weiteren mehr zur Verfügung stehen. Die Lehrkraft kann bei Bedarf weitere Versuche freischalten. Alle Fragen des Tests müssen beantwortet werden. Schülerinnen und Schüler müssen den Abschluss des Tests bestätigen, bevor die Auswertung startet. Das System ermittelt automatisiert das Ergebnis. Als Bedingung wurde bei der Konfiguration eingestellt, dass der Test ab 60 Prozent als bestanden gilt. Gilt der Versuch als bestanden, ist der Lernfahrt an dieser Stelle beendet. Its-Learning meldet den Erfolg ebenfalls als Hinweis für die Nutzenden. Wurde der Lernfahrt erfolgreich durchlaufen, können Schülerinnen und Schüler im Nachgang die Ressourcen des Lernfahrts öffnen und nachträglich noch einmal sichten. Im Baumlinkel links ist der Lernfahrt nun analog zur Lehrkraftansicht aufklappbar. Möchten Sie den Lernfahrt nachträglich deaktivieren, können Sie dies im Element Lernfahrt über die Punkte oben rechts tun. Wählen Sie aus normalen Ordner erstellen. In diesem Menübereich können Sie ebenfalls die Berechtigung des Lernfahrts konfigurieren. Sie können den Lernfahrt ebenfalls kopieren und die Kopie bearbeiten. Haben Sie einen normalen Ordner erstellt, wird dieser nun im linken Baumenü dargestellt und Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können die enthaltenen Ressourcen bearbeiten. Den Titel des Ordners können Sie ebenfalls im Ordnerbereich oben rechts über die drei Punkte bearbeiten. Sie können aber auch aus bestehenden Ordnern und enthaltenen Materialien direkt ein Lernfahrt erstellen. Wählen Sie dazu im gewünschten Ordner oben rechts die drei Punkte aus und dann die Option Lernfahrt erstellen. Die Schritte werden automatisch mit den vorhandenen Ressourcen bestückt. Die Testeinstellungen können Sie im Anschluss noch konfigurieren. Sie können ebenfalls weitere Ressourcen hinzufügen. Speichern Sie den Test, um ihn für die Bearbeitung freizugeben. Herzlichen Dank und viel Erfolg beim Ausprobieren.